Flammenhammer! Ist hier noch irgendwas? Nee. Gut, dann hätten wir das schon mal. Der hat so viel Schmackes, ne? So, Turm der Stärke. Den hätten wir jetzt. Ich bin immer noch ein bisschen, nicht sprachlos, sondern verwirrt, wo wir jetzt noch den halben Zauber herkriegen. Wo muss ich hin? Ich will nach Hause. Scheiße. Ah, Mann. Fuck. Da! The door! Ah, raus hier. Gut, dann machen wir jetzt hier noch das Schwein, was wir hier eben hatten. Das sieht auf jeden Fall nicht schön aus. Und es ist dick. Hey, was ist das denn? Will dein Kind denn helfen? Das habe ich nicht erwartet. Zieh dich an. Hast du gefastet auf deiner Reise? Du brauchst mehr Speck, so wie wir. Was? Du gibst nicht auf? Okay, ich sag dir was über uns, aber sei nicht überrascht. Wir haben 78%? Von was? Oder meinst du Speck? Fett? Fett? Unser Fettgehalt ist 78%? Fast nur Fett? Überrascht? Ist das wirklich so? Bei Schweinen, dass sie 78% Fettgehalt haben? Das scheint mir ein bisschen viel irgendwie. Sagt mir ehrlich, du hast dich über uns lustig gemacht, oder? Nee. Hey, ich halte nicht aus! Komm her! Ich mach dich fertig! Okay. Wow! Holy fuck! Okay, ich... Ja! Meine Fresse, ey! Es ist doch mal gut! Ja, tut mir leid, aber wie soll ich eigentlich dran kommen? Guter Mann! Okay, das kann ich dann doch treffen. Ich bin halt nicht. Oh! 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 Und da spackt die Musik wieder ran. Da hätte man eigentlich auch mit rechnen können, ne? Oder muss ich sagen, dummes... Ich glaube, ich muss ihn treffen, wenn er seine Kacke zaubert. Weil er dann nicht seinen komischen Stab da hat, womit er sich wegmacht. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen schwieriger hier, ne? Oh, sehr nice, das Speichertier. Ja! 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 Oh Mann, das wäre jetzt gerade wieder der Moment gewesen. Ja! Okay. Komm bitte, treff! Ach Scheiße, der ist so ätzend, der Typ, ne? Ich weiß auch nicht, wie man den vernünftig hinkriegt. Ich werde auf jeden Fall gleich... Ach Mann, stell dich doch mal woanders hin, du dummer Hurensohn! Ach, das war doch... Das war doch 1a getroffen. Ich wollte gerade sagen, kann ich hier nicht in mein Menü... Das wäre natürlich sehr ätzend gewesen. Ähm... Ähm... Besunde Mahlzeit! Wunderbar! Oh! Wunderbar! 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 Oh! Oh! Okay, das wir26... Sozusagen... theadorbacuse... Oh! Oah... Ja komm! Okay, ich glaub, der muss da richtig... Mann, kannst du mal aufhören, dich in mich reinzuteleportieren? Ich glaub, der muss so richtig dabei sein, so. Scheiße. Also der ist schon dezent ätzend. Oh fuck. Och Mann, ey! Das kann doch nicht dein scheiß Ernst sein. Das ist so dumm, ey. Jetzt ist doch mal gut, ey, das ist... Ich hasse ihn. Der macht sich auch immer in mich rein. Du kriegst aufs Maul, Alter! Schlägerei! Was? Das hab ich jetzt nicht so ganz verstanden, warum das funktioniert hat, aber gut. Ah, zu hoch! Ich fress einfach mal noch einen. Äh... Ja. Guck mal her! Ich mach dich kaputt! Ich mach dich kaputt! Dankeschön! Da hab ich jetzt aber verdient! mit! So, komm her! One more time! Nein! Zieh dich! Sieh dich! Komm mal hier runter zu mir! Na ja! Na ja! Na ja! Da hätt ich jetzt auch mit gerechnet, dass das drüber geht! So, was ist jetzt? Was machst du? Machst du hier irgendwas anders? Nö, ne? Ist dir egal! Geh wieder in mich rein! Alter! Wie dumm ist das denn bitte programmiert! Oh! Moment! Oh! 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 Hm. Komm her, du pissa. Was ist das? Ich hoffe, es war's da. Bitte, bitte, lass es das Ende sein. Dankeschön. Okay, das ist Erdschwein. Hätten wir jetzt auch. Dankeschön. Das sah aber auch sehr weiblich aus. Wenn du dieses Kostüm trägst, kannst du dir selbst etwas Schweinemagie anwenden. Zieh das Kostüm im Gegenstand mit Blattrück und Kreis, dann kannst du zaubern. Verwende sie aber mit bedachten Magie bla bla. Ja.